hallo willkommen bei reddocs für unser let's play city skyline mass transit ja weiter geht's so ich habe vor jetzt gerade neue plan wieder und wir gehen auch los ich will auch diese zwei neue bereiche kaufen und erweiterung machen so ihr amadas und ihr kopf mal das auch so wir haben jetzt eine große perspektive für uns so und mache ich weiter start und ja wir fangen hier mit zu bauen jetzt weil wir haben noch was gebaut die ganze zeit und ob la moment so mama wasser wieder hier muss man auch überlegt das wasser muss man auch irgendwie wieder was bauen so haben wir vielleicht eher noch wasser und moment da gucke ich mal gerade dass wir haben auch wieder wasser überall so ja wasser muss man auch jetzt es fällt wieder was hier ok muss ich auch zu legen wieder etwas zu bauen mit wasser ok das machen wir auch jetzt gerade so da werde ich sagen wir machen wieder was sehr nützlich so moment jawohl da habe ich nicht eine leitung neben dran oder aha muss ich jetzt wieder alles verbunden so moment wir schauen das wo liegt die probleme aha moment moment so jetzt jetzt wasser muss auch wieder auf jeden fall lang so jetzt könnte man auch hier auch wieder hier bauen aber mal sehen mal sehen weil wie gesagt ich möchte auch im defekt die andere gebiet ihr weitermachen und uns vergröße sie haben auch gesehen dass wir haben auch u bahn jetzt gebaut in die letzte folge und wir werden noch wahrscheinlich noch u bahn wieder erschaffen aber jetzt im moment will ich richtig richtig wieder bauen so das wir haben auch wieder was für darüber strom fällt wieder da muss ich gucken mit strom jetzt aha aha ok strom 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 da ist unsere stromversorgerung nie mehr so groß oder was ist los ja 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 oh je 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 muss ja nicht was bauen wieder so ein solarkraftwerk kost 80.000 oh je 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 das ist an deff im defekt was sehr nützlich diese kraftwerk solarkraftwerk krank wirkt. Oh, Wasser fällt auch darüber. Oh je, oh je, oh je. Da muss ich auch inlegen mit Wasser. So, Moment mal. Warum fällt Wasser? Eieieiei. So. Da soll Wasser kommen. Leute. Ich verstehe nicht, dass wir haben keine Wasser jetzt. Moment, Moment, Moment. Okay. Wissen Sie was? Machen wir auch wieder Ihre Wasserversorgerung, dass wieder Wasser kommt. Ja, jetzt. Das war wahrscheinlich ein Problem mit der Leitung. Hopp, hopp, jetzt kommt Wasser überall. Jawohl. So. Aber jetzt ist die Strom. Das ist, ich muss wieder gucken. Ah, Strom ist wieder da. Oh, wir haben auch gerade wieder, auch so viel Geld wieder. Ah, dann wollen wir wieder Solaranlage. Das werde ich auch sagen. Das produziert, da produziert mal wieder viel. So. Und was ist hier oben? Ich sehe gerade, dass... In Reduzierbetriebe. Drei... Haha. Okay. Irgendwie sind, haben die überqualifizieren, Leute. Okay. Aber das macht nichts. Ah. Da wollte ich auch gerade gucken. Das gibt auch wieder Wasserprobleme. Oh, Wasserrohre. So. Jetzt. Oh, ab Wasser. Muss man auch wieder gucken. Dann machen wir auch wieder ran. Ab Wasseranlagen wieder. Werde ich auch zugeben. Äh, hopp, jetzt wieder Leitung hier bauen. So, jetzt. Jetzt mit Abwasser sollte alles funktionieren wieder. So, in Betrieb. Ja. Oh. Aber trotzdem immer noch zu viel Abwasser. Abwasser. Das gibt es doch nicht. Abwasser. Ja, jetzt. 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 Okay. Das geht jetzt. Ah, vielleicht darüber sollte man auch eine Abwasser. Oh. Da habe ich mich auch nicht. Okay. Mach mal so eine. Ja, weil irgendwie ist die Abwasser. So. Jetzt. Jetzt wird Abwasser gemacht. So. Das funktioniert jetzt. Ihr seht gleich, dass die Abwasser... Problem werden auch gelöst. Jawohl. 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 So. Aber jetzt ist die Fall, dass ich weitermache hier. Mit uns, äh. Neue. Neue. Warum fällt wieder Strom hierher. Ja, 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 ja. Die brauchen... Wir brauchen unbedingt viel Strom hierher, hm. Aber ich gucke, was ich könnte jetzt noch machen. Weil ihr braucht mal eine... An Versorgerung, hm. Das muss ich zugeben. Dann machen wir noch eine... Wienerade. Vier. Oh. Das wird auch nicht so viel geben. Okay. Okay. Mach mal. Hierher wieder eins. Okay. Das ist nur... Das wir haben auch wieder... Oh. Aber die dreht nicht. Hallo. Hallo jetzt. Aber trotzdem, das langt auch nicht. Diese ganze Strom hierher. Muss man auch gucken, dass... Ja, das... Ich weiß, wie ich kriege das. Dann machen wir ihn wieder. Dann machen wir... Dann machen wir auch Strumpfleitung wieder her, zu unseren Windrad und alles okay. So. Was ist die nächste Problem? Ah. Das nächste Problem ist... Kriminalität. Oh je, oh je, oh je. da muss man auch zugreifen so dann kriminalität machen wir hier weg ok jetzt machen wir auch eine arztpraxis weil ich muss zugeben da haben wir angefangen aber da ist nicht so viel und vielleicht noch eine feier weg das wird auch uns hilfe jawohl ok jetzt ist alles was wir brauchen darüber gestellt so jetzt fangen wir an mit dieser neuen planung werde ich sagen ich mag immer was plane so vielleicht soll man ja noch mal wieder etwas mit mit straße waren da muss man auch immer denkt um die verkehre so ihre benutzt man alles was mag was man alles denken könne ich glaube das wäre auch sehr nützlich für uns alle oje oje da kann man kann man bauen kann man bauen aber ich mache die zoom perspektive ah ja machen wir so oder ja ob machen wir so das ist nicht so ein gerade aber das ist okay da muss ich zugeben da das ist interessant so und dann ihr mal wieder was so als ein bisschen mit formel gestellt so jetzt machen mittlere straße ich zum wieder rein ich hoffe dass sie aber noch immer noch lust mit dieser projekt ich muss zugeben dass sie die skyline da war sehr viele sparte kommt immer da brauchen wir auch keine keine geduld zu habe das kommt auch immer bei mir eine folge ich hoffe dass ich kann auch mehr folge oder habe ich versuche aber leider stand auch nicht so die großart der rest dann habe ich auch gedacht dann schrauben mal runter die programm und mal schauen ich mache mit euch das mit spaß so jetzt haben wir das gebaut dann werde ich auch was ihr neu bauen jawohl nach der straße wieder ja wohl mal da sollen die auch alles benutzt ihr können weil wollen wir auch richtig bauen so aber ich muss auch überlegen das sind viele parallele straße aber ich muss zugeben da ist auch genug platz für leute zu wohnen wir sind übrig mit 51.000 anwohner das ist auch schon relativ sehr gut warum ihr geht es nicht mehr an der straße aber das ist jetzt quer ok aber das ist ein bisschen im berge ja durch diese diese erdbebe die letzte mal die erweber hat uns sehr sehr viel schade hergestellt im manche so so jetzt nicht mehr dann muss man hier wieder bauen ok das geht hier ist neue straße verfügbar jetzt nicht mehr okay wird der nicht also jetzt so und hier wir haben noch kein geld mehr oje oje aber dann muss ich warte ha 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 ich habe nicht aufgepasst was alles uns Geld kostet oje 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 ok dann bauen wir die letzte straße er fertig und fertig ich muss ein bisschen Geduld haben jetzt aber kein Geld wieder in die Kasse ja das ist immer so wenn wir bauen aber ich muss zugeben das wäre etwas sehr gut ein neues Viertel und da kann man später überlegen um einen U-Bahn-Verkehr darüber zu machen für die in die Stadt große Stadtviertel wieder zu gehen aber erstmal wieder warten auf das Geld so F-1000 ja kann man im Defekt jetzt gehen auf Wasserleitung weil Wasserleitung wäre am besten was auch nicht so viel Geld kostet so so ich gehe dran dass wir haben auch genug Wasser überall so nochmal Ehre sowieso kann man auch so mitnehmen alles und ihre so 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 und noch gucke ich mal gerade aber das Geld ist noch nicht da für diese diese Strassebahn zum fertig zu machen aber im Defekt könnte man auch schon loslegen im Laufe von der Zeit kommt auch das Geld wieder das ist immer was immer super in dem Spiel so jetzt Wasser überall dargelegt ok jetzt im Defekt ok dann werde ich sagen wir fangen an mit bauen so mit Siedlung so dann machen wir große Sohne ich liebe immer wenn das kommt so viele Leute so machen wir hierher wieder und hierher 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 das sollten nochmal die Leute kommen hierher hierher machen was hierher hierher und hierher So, jetzt, machen wir hier auch wieder Wohngebiet. Jetzt kommen keine Leute, aber das werden noch kommen. Ich muss zugeben, das ist immer so am Anfang, wenn man plane und plane, ist aber auch ein bisschen Zeit, dass die Leute kommen. Aber trotzdem, das ist immer sehr gut, zu schauen, dass die Leute kommen dann. Hoppla. Jetzt hier her, hier her. Ja, und die Leute haben sich auch Beschwer auf die andere Seite, dass, die haben nicht so viel Anwohner neben dem, dann jetzt so viel Anwohner kommen. Ich vermute auch. So, dann werde ich auch hier sagen, wir machen auch hier Anwohner. Anwohnerbereich, weil sowieso, das bringt nichts, dass ich mal hier kaputt die Straße. Hierher muss man abwarten. Ah, weil direkt hier ist die Müll nebendran. Ne, ne, ne. Muss man nicht unbedingt. So. Aber jetzt kommt keine Sau. Warum denn? Oder vielleicht kommt jetzt. Muss man warte. So. Und vielleicht machen wir noch ein neues Büro. Oh. 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 Ein Tornado. Oh. 1,1. Oh, das ist das ganze niedrig Tornado, was wir bekommen. Freue ich mich auch drauf. Hahaha. Ah, ich wollte Büro machen, aber ich habe keine Büro gemacht. Egal. Machen wir ihr Büro. Ah, wo. 1,1. Das ist gar nichts. Ehrlich. Ich bin auch zufrieden, wenn das ist 1,1, dann macht er auch nicht so viel schade. So. Und jetzt machen wir vielleicht hierher wieder. Jawohl. Büro. Ja. Okay. Und hierher muss man warten. So. Aber ich frage mich, wo soll dieser Tornado antreten? Antreten? Wo ist der? Oder ist der schon weg? Ah, jetzt kann man sehen, wo die Katastrophe kommt. Ah, okay. Das ist schon weg, oder? Katastrophenrisiko ihre. Ah, okay. Okay. Ich werde sagen. Ich gucke mal gerade auf die Zeit. Okay, aber noch ein bisschen Zeit. Nein, ich wollte keine Straße bauen. Warum soll ich eine Straße bauen? So. Ich hätte gerne neue Anwohner, Leute. Was ist hier los? Ah, da steht auch jemand ist gestorben. Ah, da muss man auch einen Friedhof hier bauen. Aber Friedhof. Ja, Mama, eins hier her. Oder? Neben der Mülldeponie. Haha. Da frühen sich auch die Leute. So, Moment mal. Stellt mal hier her. So. Neben der Mülldeponie ist der Friedhof. Ah, hier ist der Tornado. Okay, aber bitte nicht in meinen neuen Bereich. Ich habe erst mal angefangen. Ich will auch nicht. Hey, ist okay. Aber sie haben auch gesehen, das ist auch gefährlich zu bauen neben. Aber der macht alles kaputt, diese Tornado wieder. Gott sei Dank habe ich noch nicht festgelegt, zum. Dort zu bauen. Das ist okay. Die Tornado ist weg. Da ist, ich freue mich. Da ist auch nichts kaputt gegangen. Aber die Anwohner sind auch nicht da. Was ist los? Ah, jetzt fangen die an zu kommen. Ah. Sowieso muss man auch sagen, dass ich muss auch jetzt langsam mit dieser Strassebahn hierher machen. Ah, jetzt kommen die. Okay. Okay. Strassebahn Depot. Seilbahn. Ne. Wollt mal keine. Schiefe noch nicht. U-Bahn. Strassebahn. Jawohl. Strassebahn Depot. So. Moment mal. Wie soll das am besten kommen? Aha. Ah. Ah, hier. Okay. Moment. Machen wir so. Jawohl. Und neue Linien hinzufügen. Okay. Dann werde ich sagen, wir bauen nur gerade kreuz und quer. wieder her. So. Moment mal. So. Alte Stellen hinzufügen. Jawohl. Linien abschließen. Okay. Jetzt. Ich gucke. Das ist in zwei. Okay. Dann langt das auch. Super. Das langt. Sie haben noch gesehen. Wir haben keine Schade erlittet mit unserer Tornado. So. Gott sei Dank. Weil ich habe auch Angst gehabt. Ich baue. Ich baue. Und öh. So. Dann jetzt. Wir haben das gebaut. Diese neue Viertel. Oh. Das wäre auch schön. Und ich mache auch diese Part am Ende. Ich mache sofort eine zweite Folge. Dass wir haben auch wieder Folge für die Voro. Okay. Ich bedanke mich für zu schauen. Und. Wir sehen uns in die nächste Folge wieder. Und. Bis zum nächsten Mal. Und. Tschüss.